Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass einiges getan werden sollte, aber auch kann, um KI-Sprachassistenzen im Prüfungskontext Rechnung zu tragen. Fest steht, dass die Nutzung von KI-Tools insbesondere bei unbeaufsichtigten schriftlichen Prüfungen tief in das Ergebnis eingreifen kann. Daher ist es wichtig, dass Sie für jedes Prüfungssetting reflektieren, ob und gegebenenfalls wofür Sie KI-Sprachassistenzen erlauben möchten und dass Sie Ihre Studierenden entsprechend darüber informieren. Des Weiteren ist es natürlich besonders wichtig, die Prüfung so zu gestalten, dass Studierende wichtige Lernziele weiterhin nachweisen können. Neben einer intensiveren Betreuung im Schreibprozess oder im Kolloquium haben metakognitive Zusatzaufgaben dafür großes Potenzial, bei denen Studierende ihren Schreibprozess oder den Text selbst kritisch reflektieren. Und sofern Ihre Studierenden vielfältige Anlässe dafür haben, die Anwendung von KI-Tools einzuüben, können Sie insbesondere in höheren Semestern anspruchsvollere Aufgaben stellen und Ihre Beurteilung entsprechend daran anpassen.